Heute möchte ich euch eine tragbare Schutzhülle für eine kleine Fischplatte vorstellen. Auf Amazon kostet sie derzeit 1899. Hier sehen wir dann auch schon die schöne Verpackung, die Anleitung auf Englisch, separater Gummiersatz und hier das Käse, wo man hier schon schön sieht, was für eine tolle Struktur das hat, so ein Wabenmuster, tolles Kunststoff. Hier unten sieht man die Öffnung zum USB-Kabel einzustecken. Hier lässt sie sich öffnen. Sieht man dann auch schön, ist so ein Gummi-Material, schön weich, da liegt sie dann schön an und hier oben stoßt der Deckel nicht auf die Platte. Ist eine schöne Gummierung, wo wir hier die Ersatzgummis haben, falls die sich lösen würde. Mit dem Käse kann man ins Wasser gehen, geht kein Wasser durch. Durch das Käse kann man eben die Platte verwenden. Hier lässt sich dann der Eingang aufmachen. Sie ist stoßfest, sodass die Platte keinen Schaden nimmt, wenn es hinfällt. Hier kann man eine Schlaufe drum machen. Praktisch für unterwegs.